So, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Aber das hier ist mehr so ein Informationsvideo, denn ich wollte euch nur mitteilen, dass heute keine Folge vom Let's Battle kommt und auch keine alte Slive-Folge vom Epic-Projekt. Das liegt einfach daran, dass YouTube meint, es müsste einfach mal mein Video nicht verarbeiten und so ein Zeug. Also es bleibt da irgendwie stehen, hat sich irgendwie aufgehängt. Das Video ist sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Also es funktioniert heute leider nicht, dass ich die Folge rausbringen kann. Das wird dann wohl eher morgen sein. Morgen kommt dann Let's Battle und dann auf den darauffolgenden Tag wahrscheinlich auch und dann ist es auch schon vorbei. Seid auf jeden Fall mal gespannt, wer da gewinnt und wieviel da wir werden. Und die zweite Info, die ich eigentlich noch ganz schnell loswerden wollte, weil das sollte jetzt hier ein kurzes Video sein, damit ihr Bescheid wisst. Die zweite Info ist, ich habe bei einem Oster-Event mal kurz mitgemacht, bei einem Video. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war mit dem Papier-LP und da ich da Probleme hatte mit der Aufnahme, das war ziemlich blöd. Ich habe irgendwie meinen Sound gar nicht gehabt und so, das war ziemlich scheiße. Deswegen konnte ich das leider nicht veröffentlichen für euch. Ist ein bisschen blöd, deswegen habe ich euch unten in der Videobeschreibung einfach mal den Papier-LP verlinkt, also das Video dazu. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, was wir da gemacht haben. Wir waren nämlich hier auf dem Zytuxien-Server oder wie der heißt und haben ein paar Ostereier gefarmt. Also waren ganz schön witzig und ich würde euch da noch empfehlen vorbeizuschauen, wenn ihr das mal sehen wollt, wie das so war. War auf jeden Fall eine coole Runde. Und dann würde ich auch schon sagen, war es das schon von mir heute. Wir sehen uns dann einfach morgen in einem Video von mir. Wahrscheinlich dann im Let's Battle, vielleicht auch altes. Schauen wir einfach mal eher über das Let's Battle, damit wir das abschließen können. Und dann geht es mit altes Live auf jeden Fall los. Und natürlich auch zwischendurch noch ein paar Survival-Games-Runden, dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns vielleicht auch heute noch im Zander-Stream. Müssen wir mal schauen, wenn Zander heute streamt. Ich bin ja öfter immer jetzt in den Streams dabei. Schaut auf jeden Fall immer mal vorbei bei Early Boy unter Zander. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.